Alles hat angefangen mit einem Praktikum bei BILA. Das hat echt Spaß gemacht. Deshalb bin ich ja dort in die Lehre gegangen. Danach habe ich die BILA-Meisterklasse besucht. Das hat mich richtig weitergebracht. Zuerst zur Stellvertreterin und dann sogar zur Marktmanagerin. Ich war so stolz und meine Eltern erst. Aber dann hat es keinen Abschied nehmen vom alten Team, denn ich bin jetzt frische Betreuerin geworden und muss mich um ganz schön viele BILA-Filialen kümmern. Wenn auch Sie eine BILA-Buchkarriere machen wollen, dann holen Sie sich jetzt die Gratis-Broschüre in Ihrer BILA-Filiale. BILA, sagt der Hausverstand.